Ihr wollt eine Marke anmelden? Coca-Cola, Pepsi, Apple, Samsung, Tesla, Audi, alles Marken. Aber was ist eine Marke eigentlich? Als grundsätzlich geistiges Eigentum ist eine Marke ein sogenanntes gewerbliches Schutzrecht. Zweck einer Marke ist die Identifizierung oder Unterscheidung eines Produkts oder einer Dienstleistung innerhalb des Wettbewerbs. Marken können grundsätzlich alle Zeichen sein, die geeignet sind, Produkte oder Dienstleistungen des einen Unternehmens, von denen andere Unternehmen zu unterscheiden. Es gibt zig verschiedene Markenformen. Zum Beispiel gibt es die Wortmarke, die Bildmarke, dann, oh Überraschung, die Wortbildmarke und die drei sind mitunter die gängigsten Markenformen. Aber es gibt da dann auch noch die Positionsmarke, dreidimensionale Marken, also Vormarken, Farbmarken, Hörmarken und sogar Geruchsmarken. Wenn ihr denn wissen wollt, was die verschiedenen Markenformen bedeuten, lasst ein Like, Abo, Herzchen, Follow hier, denn vielleicht...